Gibt er gleich weiter so Das sind bloß 640 naja drinnen, weil wegen ist es halt so So, gib mal die ganzen Bären hierher Haben die IMC? Ja, haben sie schön. Können wir die gleich unten reinschmeißen So, Crafting. Können wir die nämlich schon mal mitnehmen? Nun mal so, Vorsichtshalber Ach, da müsste man mal schauen, ob wir die... Oh, wo hab ich denn mein... Wo hab ich denn... Ach da, hui, ein Einglück So Da war ich jetzt echt kurzfristig ein wenig geschockt So Und dann können wir nämlich theoretisch hier nämlich die ganze Wand vollklatschen So Schubidib Und Schubidib Sehr schön Und einen hab ich noch über So Ähm Dann Muss ich da gleich nochmal einmal hinter Dann müssen da nämlich überall Ja Pipesern Hahaha Das kann ja noch interessant werden hier So, ich will jetzt aber erst nochmal die Storage Upgrades fertig machen Äh, ne, nicht die Imperio Blocks, danke Soll ich damit So Und ich muss echt mal zusehen, dass ich immer wieder ein bisschen IMC in die Kiste krieg da Äh, das bringt mich jetzt irgendwie auch nicht so wirklich weiter Oh, bada 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 Na, gleich mal schauen, wie wir das machen So, war ich da fertig Machen wir da jetzt weiter Machen wir da jetzt weiter Chubtiri So Ach, die Frage ist doch eigentlich Ach, die Frage ist doch eigentlich Weiß ich schon fast sinnvoller Haben wir Tape Wie geht das? Ich glaube das machen wir mal eben So Und, äh, ziehen dann einfach mit den anderen Starched oder was um Ich glaube das ist um einiges einfacher So, brauchen wir mal Glue 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 Slime Yeah So Paper Drei Stück Danke, so Bin ja mal gespannt, wie lange das reicht Und ob das tatsächlich das ist, was ich denke, was es ist Kann man die denn einfach so abbauen? Ach ja, sehr schön Macht uns die Sache nämlich um einiges einfacher Du blöde kleine Drecksau, du Gut Ich war grad echt erfreut, dass das auch voll lange hält und so Und dann, puff, do it, na okay, gut So Ach ne, ich brauch ja, äh, warte, warte, äh Ne, warte, was brauchte ich? Genau Ich brauchte das in einem anderen Verhältnis So Dann brauche ich noch Papa Papp nach Papp Bär Danke So Packing Tape Hat sogar neben C-Value Super So Wir haben uns gleich mal welche mit Ach, da können ja eben einen drin bleiben Brauche ich, dass wir gleich wieder raussuchen da So So Das geht echt viel, viel zu schnell Aber okay Okay Und ich muss da tatsächlich noch die, oh, Obsidian-Dinger rausholen Verdammt Ähm, die Sticks kommen weg Dann muss ich, ach, Gott Ähm Warte mal, du bleibst mal eben hier, du, 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 danke So Lager Mew, da haben wir es ja Ach Ach Ist das echt schon das schnellste? Ich glaub ja, ne So So, 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 oh, yeah Ja Oh, boy Ich hab tatsächlich nicht alle abgegradet gehabt, ne Fällt mir gerade auf So Dann müsste das ja theoretisch gleich sogar schon gewesen sein, weil ich hatte ausgezählt 29, ne Und dann gesagt, ich mach trotzdem 32 Weiß, ne wundere Zahl, ne So So Oh, das ist ja Toll Äh So, dann holen wir den ganzen Kram da mal raus Da Da, 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 da So Ja Dann müssen wir nur mal schauen, was wir denn da drüben mal mit unserem kleinen Sumpfhäuschen machen Das ist echt schade Weil das wollten wir ursprünglich als Lager machen Aber Geht's doch? Alles gut? Oh, man Äh Ähm Ja, wie gesagt, das wollten wir ja ursprünglich als Lager machen, aber Naja, wenn wir uns jetzt hier hinten sowieso in die Erde buddeln Und das Ganze ein wenig größer aufziehen, dann müssen wir uns tatsächlich mal was Neues einfallen, dass für die anderen Gebäude Was ich plötzlich irgendwo schade finde, aber pfff, na gut, bleibt nicht aus, ne Das ist nun mal, äh Äh Ja Evolution So, dann schmeißen wir das da mal schön wieder rein Ähm, die können wir noch eben da behalten, weil die werde ich gleich noch brauchen So Dann Fehlen die noch Und ansonsten Fehlen die tatsächlich noch Das habe ich nicht ausgerechnet Irgendwie nur Schwachsinn, ne Ach ja Gut, ähm Ist hier sonst irgendwas bei, was ich jetzt unbedingt drüben einsortieren will Toll Enderpearls beispielsweise brauchen wir Oh Auch Normale Drawer für Das wird echt noch interessant Ach, wir nehmen einfach mal erstmal alle mit Ja, oder wir nehmen doch nicht alle mit Oh, Mann, ey Dass das Spiel mir aber auch immer wieder sprechen muss Schrecklich Schrecklich So Da waren wir hin Jetzt habe ich schon wieder das Tape kaputt, ne Ach, Gott, ey So Sehen sie wohl Hier, Zirtis habe ich da mit drin und nicht da Achso, doch, ist alles richtig Ach, Gott, ey War hier sicher ein wenig, äh Tja, so So Die bauen wir jetzt erstmal hier auf Wenn ich damit ehrlich gesagt noch nicht wirklich was anfangen kann Weil, die müssen alle noch aufgefrieselt werden Ähm, ach, geht mal her da So So Wobei ich jetzt auch Nicht ganz genau weiß, wie weit jetzt Die Range von einem Controller geht Aber wir machen es erstmal So Oh Ja, wir bauen hier gleich die ganze Wand voll So Toll Ganz, ganz toll Ich brauche mal Das Tape Lässt er mich noch nicht mal auf den Logistics Pipe zu schlafen, ey Tja, ungeheuerlich Geht ja gar nicht So Oh, das Tape da will ich haben Äh Da Erst einmal Den da Den will ich erstmal mal richtig setzen Und Du Kommst da auch weg Da soll ein Lehrer hin So Im Nachhinein Hätte ich mir das irgendwie auch schenken können, glaube ich Hm, naja, gut Ähm Ich habe hier tatsächlich noch Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen gehabt Äh, guck mal Ah, nein, ah, Hilfe So So, sind das jetzt eigentlich normale? Ja, sind normale, also Muss da theoretisch noch einer hin für Charged? Weil ich weiß gar nicht Können Charged Warte mal Charged 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 Crystal So Kann man die eigentlich zu Blöcken machen? Was ist das denn? A View Cell, aha Mhm, 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 mhm Ne, kann man gar nicht Gut, also Reicht es ja, wenn das normale sind Ja Ach, ja Ja Gut Dann Gib mir all deinen Pearls Give me all your balls Ähm Die Reihe lasse ich glaube ich lieber nochmal offen Wir fangen erstmal da an Ist glaube ich erstmal Ist wohl an sich sinniger So Also könnte ich das ja theoretisch gleich schon mal ein bisschen sortieren Tieren So Drop, Mob und so So Äh Das ist auch Mob Drop Tja, wo will das denn alles hin? Hallo! Ich wollte schon grad sagen So So Ähm Kommt das alles mal da rein Dupdudupdidi So, die Federn kommen da auch rein Dann die Knöchen kommen da auch rein Die Ender Pearls kommen nochmal wieder raus Die könnte ich eigentlich hier mal eben ganz kurz Hinein füttern Ach guck mal, kann man sogar stackweise machen Das ist ja cool Das wusste ich bisher auch noch nicht So Ähm Ähm Ach Ne, war mein Ich wollte doch eigentlich nur Etwas freier sein Ach nee, das war was anderes Ahm So Ach, da muss ich noch überall Wartet mal Ähm Ich muss ja hier mal schauen Ach, gar nicht Gar nicht, gar nicht, gar nicht Es reicht ja rein theoretisch, wenn wir hier Ne Pipe hin setzen Die Zwei Module in sich trägt Äh, da So So Ich bin bei ihm Verdammt Selbst ausgedrückt Apadapadap So Dup, äh, Dup und Dup Und Dup Das müsste theoretisch gewesen sein Theoretisch Ich hoffe mal, dass es auch Tatsächlich gewesen ist Hm Gut Dann schon mal ist das Das ist das Ich wünsche euch mal mit dem Haas Mehr Zwei Vielen Dank.